Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Aufrufvideo. Ich bin der Jonathan und heute geht es um ein Q&A, das wir machen wollen. Also, wenn ihr Fragen habt, die Powerlight Works, PLW Review oder einen aus unserem Team betreffen, dann stellt diese Fragen gerne in die Kommentare und zwar noch bis zum 27.12. Denn danach treffen wir uns wieder im Team und wollen diese ganzen Fragen dann in einem langen Q&A-Video beantworten. Dieses Video wird wahrscheinlich erst im neuen Jahr erscheinen, als kleines Neujahrsgeschenk für euch dann. Von daher freuen wir uns auf eure Fragen, sind gespannt, was ihr von uns wissen wollt und wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, frohe Festtage und natürlich einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann wieder frisch und munter im neuen Jahr.